Da hin wirst du shiften, bringt mir nix. Das bringt mir aber allerdings auch nicht viel. Da komme ich nämlich nur hier rein. Hier habe ich damals... Ja. Jetzt bin ich wieder hier. Gehen wir mal in die Bibliothek. Oder ich port mich einfach hier wieder rein. Ja, aber wenn ich mich hier rein porte, bin ich hier. Hier ist alles nur mit Fenstern und so. Das bringt mich auch nicht weiter. Das bringt mich nämlich nur nach hier. Das bringt mich wieder nach da oben. Ja. Und das bringt mich ja den Abfall zurück, okay. Äh. Ja, gut. Ich müsste echt mal die Wisps-Shifts markieren. Und dann gucken, von wo nach wo ich hüpfen kann. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wie ich da reinkomme. Äh, ja. So. So. So, jetzt bin ich hier. Hier kann ich mal... ...nachladen. Hier komme ich nämlich nur wieder nach da unten. Und irgendwie im Kreis herum. Ich weiß halt nicht mehr, wie ich hier reingekommen bin damals. Das würde mich halt am meisten interessieren gerade. Äh, hier gibt's auch nicht wirklich was. Und das heißt, ich kann von hier aus nur wieder nach Norden. Kann hier gerade nicht nachladen. Das war nur das Ding. Hier ist auch kein versteckter Knopf. So, dann hole ich mir mal... ...neue Energie. Was war hier drin? Nichts Besonderes. Ja. 60 Sekunden. Bla, bla, bla. Hier kann ich wieder nachladen. Hm. Das heißt, wir gehen jetzt... ...doch den umständlichen Weg... ...hier durch. Weil hier ist, soweit ich weiß, auch nichts mehr. Nein, hier ist auch nichts. Damit mache ich irgendwas hinter dir auf und zu. Du siehst so aus, als ob dir noch was drin ist. Das ist auch ne Spitzhacke. Der Teleport führt wieder nach draußen. Den brauche ich also gerade nicht. Äh, Fizzle? So. Äh, ja. Hier will ich lang. Hier komme ich nämlich erstmal in die Bücherei. Rein. So, und hier ist der Ballrätselraum. Ja. Damit könnte man sich theoretisch wieder irgendwo rausshiften. Genau, jetzt müssen wir doch einer entgegenkommen. Ja, da sind zu viele. Hm. Muss ich doch aus drum gehen. So, ich habe das Feuer hier wieder entfacht. Ja. Hier habe ich halt immer noch nicht aufgekriegt. Hm. Ah, ich habe da vielleicht ne Idee. Ich glaube kaum, dass der Entwickler an das hier gedacht hat. Wo? Wo? Nein, meine eigentliche Intention war es ja eigentlich. Na, so wie ich nicht mal weiß, wie man hier wieder rausgekommen wäre. Ach ja. Hier kann ich nur umswitchen. Ah ja. Das ist wohl dann der Rückweg. Also da der andere Art von Rückweg. Hm. Aber ja, hier komme ich nicht rein. Außer irgendwie von der anderen Seite. Hm. Wo? Ah, volle Karte rein! ich bin so klug wo war mein letzter autosave vor vier minuten so das ist einfach wie gesagt ich habe zettel ach ja die älterwelt im world relics wie gesagt ich hatte das gefühl dass hier vielleicht was sein könnte entweder hier hier oben hier oben hier hier die wettling of a particulars somewhere close by ja aber wo das war wahrscheinlich der da hinten und ja wir sind wieder draußen hast du noch was was du ablegen möchtest gerne du nicht du eigentlich auch nicht so gut haben wir das zeug beisammen hm hm wie gesagt ich habe nicht so die verbotung da haben wir bereits den stein rein dass der knopf da jetzt irgendwas aufgemacht hat was uns etwas bringt so bin ich wieder hier ja so siehst du beschließe dich ich glaube einfach dass das das hier zu gemacht hat ist oder auch nicht ja 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 ja